Sag was. Hey du Foto-Man, du Reporter, machst du ein Interview mit mir? Ja. Wenn war ich endlich Webseite des Monats, ihr Müsse, tippen? Sie sind doch Geschäftsführer der Firma Conlanatura. Was sagen Sie zum Klimawandel? Wie stehen Sie dazu? Zum Klimawandel? Ja. Hier gibt es ein Lied vom kleinen Arschloch. Und wie geht das? Na. Ja, Robbenfell und Walfischbeck sind mein ganzer Lebenszweck. Das heißt, Sie stellen dem Klimawandel offen gegenüber? Ja. Ich bin endlich von einem deutschen Mittelmeerstrand. Das heißt, ich hätte gern, dass in Deutschland Palmen und Kokosnüsse wachsen. Und vor allem scheiß Eisbären. Ich will Pandas und lauter warme Sachen. Schöne Schlangen, riesengroß. Sie wissen, warum Pinguine nie von Eisbären gefressen werden? Nein, weiß ich nicht. Na, wenn Pinguine am Südpol leben und Eisbären am Nordpol. Echt? Das ist aus der Weltraumforschung. Mitarbeiter Nummer 15, was haben Sie zu sagen? So, dann vielen Dank für das Gespräch, Herr Böhringer. Danke. Danke. Danke.